Ihr seid frisch in die neue Season von Skull & Bones gestartet und wisst noch gar nicht, was ihr alles hier so machen könnt, was ihr eigentlich skillen könnt, was ihr euch am besten als erstes holt, dann seid ihr hier genau richtig, denn ich erzähle euch, was ihr am Anfang auf keinen Fall für eine Fehler machen solltet, was ihr euch zuerst holen solltet, um perfekt gegen diese ganzen Giftschiffe, die jetzt überall auf der Karte verteilt, auf euch warten, was ihr da am besten holen solltet, damit ihr gegen sie ganz gut bestehen könnt. Dafür startet ihr als erstes mal hier beim Schmuggler-Netzwerk durch, holt euch euren Pass und habt dann nämlich die Möglichkeit, euch hier bei diesem oberen Reiter, also ganz links, die ganzen Sachen mal so anzuschauen. Unter anderem gibt es nämlich auch diese neue, wunderschöne Barker als Belohnung, wenn ihr dann nämlich alles final durch habt, das sogenannte Heiler-Schiff, was alle im Umkreis heilt und Scally Welly, die kleine Katze, gibt's on top. Ihr sammelt Punkte, wenn ihr einfach das Spiel spielt und immer wieder auch Level aufsteigt, geht's dann natürlich auch weiter auf dem Season Pass. Zusätzlich gibt es Season Pass-Belohnungen für Weeklys und auch dazu noch für Sachen, die nur während der Season sind, also die Seasonal-Belohnungen gibt es dafür. Und warum solltet ihr das Ganze machen? Nun ja, es gibt hier drei unterschiedliche Bereiche, die ihr freischalten könnt, wo es dann Pay-Sachen drin gibt und auch Sachen, die eben nicht für Premium sind. Ihr seht hier die Sachen mit Kronen, also diese Skin-Sachen, die sind alle nur für den Premium Pass und die anderen Sachen, also die wirklich spielerischen Sachen, ist übrigens sehr fair gestaltet, die sind für alle verfügbar. Und was solltet ihr jetzt als erstes skillen? Nun, fangen wir ganz einfach von vorne an. Die ganzen Gift-Schiffe haben nämlich gar keinen Schwachpunkt dran, sind deswegen teilweise, gerade für auch Kanonen, die ja auf die Schwachpunkte gehen, besonders schwer zu besiegen. Deswegen sollte mindestens einer aus eurem Freundeskreis im Quartiermeister als allererstes bis Level 20 skillen. Denn dann kann er das für alle herstellen und ich zeige euch das nämlich gleich mal, wie das Ganze funktioniert. Mir hat nämlich auch jemand das Ganze hergestellt, weil ich nämlich in den anderen Bereich gehe. Jeder Bereich hat so einen kleinen Bonus drin, aber das hier nämlich, die Pläne von La Potence, haben nämlich ein paar richtig coole Effekte drauf. Nicht nur wird euer Schwachpunktschaden erhöht, nein, die Pestilenzflotte hat überhaupt erstmal dadurch Schwachpunkte. Beim Kanoniermeister bekommt ihr, ja, semi-gute Karonaden. Die machen nicht mega gut Schaden, sind aber im PvP ganz nice, da sie direkt schweren Schaden machen, also nicht zu heilenden Schaden machen. Ist eine ganz coole Sache, wahrscheinlich im PvP auch sehr, sehr garstig. Und bei Captain unten, da bekommt ihr dann dieses Schutzding, was euch 50% Gift immun macht. Und ihr habt eine sehr coole Farbe hier am Ende auch nochmal on top. Also alle Bereiche lohnen sich da auf jeden Fall. Aber zumindest einer sollte am Anfang hier unbedingt reingehen bis Level 20 erstmal bei Quartiermeister. Denn damit bekommt ihr dann nämlich, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut bei meinem Schiff, dadurch bekommt ihr nämlich genau diese Sache. La Potence. Und damit habt ihr dann überhaupt erstmal nämlich die Schwachpunkte auf den Schiffen. Was ihr euch auf keinen Fall holen solltet, denn es ist einfach nur lächerlich, wie schwach die ganzen Sachen eigentlich sind. Sind die ganzen Waffen, die ihr derzeit auch bei den Schmugglersachen bekommen könnt. Unter anderem La Fleur, was ein Giftmortar ist. Sieht optisch super cool aus. Setzt ein Giftfeld auf den Boden, was aber bei weitem nicht so viel Schaden macht, wie es bei unserem guten Giftoberboss der Fall ist. Ist fürs PvP ganz nett, weil es die Crew noch angreift, aber in keinem Vergleich zum Leopold, der irgendwie dem Ganzen super den Rang abläuft. Und dasselbe gilt eben auch nochmal für den Defensivbereich. Denn ihr könnt euch direkt die Panzerung der zornige Zwinger kaufen. Und die ist genauso schlecht. Denn wenn ihr blockt, macht sie im Area-Effekt um sich rum Gift. Was aber so ein kleiner Bereich ist da ja eigentlich, dass er damit nicht wirklich irgendwen trifft. Und dafür büßt ihr auch noch extreme Defensive ein. So, wie funktioniert das Ganze aber nun? Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr macht das ganz einfach. Ihr sammelt euch ein kleines Giftschiff, was hier in der Gegend rumfährt. Ab und zu mal sind nicht wirklich schwer zu sehen. Dafür bekommt ihr dann, wenn ihr es erledigt, diesen Kopf eines Pestbringer-Captains. Und solange ihr den dabei habt, werden dann immer wieder weitere Schiffe spawnen. Ihr seht auch oben, dass jetzt dann direkt die ganzen Feindlichen mir gegenüber sind, weil ich ja diesen Kopf bei mir trage. Und warum solltet ihr das übrigens überhaupt machen? Ganz einfach. Denn es gibt ja hier eine Seasonal-Herausforderung. Und die Seasonal-Herausforderung sagt, 30 Seuchenbringer erledigen. Dafür bekommt ihr 2000 Punkte. Ihr seht es schon direkt. Da kommen die guten Seuchenbringer direkt an. Dann sind immer so Zehner-Elite besonders stark gegen Feuerschaden. Sind sie nämlich ganz gut. Deswegen müsst ihr da so ein bisschen gucken. Und da funktioniert gerade mein Segelbrechen-Bild, den ich euch für das PvP schon mal gezeigt habe, nämlich ganz gut. Ihr könnt den Ganzen erstmal so ein bisschen auf die Segel feuern. Die haben dagegen auch eine recht gute Resistenz. Aber selbst das, seht ihr, funktioniert bei ihnen nur so semi. Die Segel sind gebrochen. Ihr könnt erstmal wieder dann eine Bombarde draufhauen. Und dann seht ihr hier, dass sie nämlich jetzt auch diese Schwachpunkte auf dem Schiff haben. Und da könnt ihr nämlich super gut dann nämlich draufschießen mit euren Kanonen. Da die ja 250% Schwachpunktschaden machen. Ihr seht das Ganze, wie das dann nämlich wirklich runtergeht. Könnt die ganzen dann mit euren Musketen hier runter machen. Da seht ihr, wie schnell das eigentlich geht. Und dann könnt ihr an den Seiten noch ein bisschen gucken. Habt ihr dann hier auch nochmal die Schwachpunkte da. Oder ordentlich reinhauen, gerade mit diesen Skullox-Verfolgern, die extrem erhöhten Kritschaden machen. Könnt ihr dann eigentlich diese Schiffe hier sehr, sehr gut erledigen. Wenn ihr es direkt angehen wollt, haben sie auf beiden Seiten diese Schwachpunkte. Ansonsten seht ihr hier, regenerieren sich ihre Segel sehr, sehr schnell. Und ihr könnt dann da auch direkt wieder auf die Segel gehen. Und so habt ihr eigentlich es ziemlich einfach gegen diese. Ihr könnt dann gerne nochmal auf die andere Seite fahren. Habt dann auch nochmal da diesen Schwachpunkt, den ihr da an der Seite habt. Wenn ihr ihn mal treffen solltet, wie ich jetzt gerade super bewiesen habe, dass man ihn nicht unbedingt treffen kann. Dort seht ihr ihn an der Seite nochmal dort. Und diese Schwachpunkte kommen eben komplett nur, wenn ihr eben dieses Item dabei habt. Und der erhöhte Schwachpunktschaden, habt ihr gesehen, machen wir fast 5000 Schaden pro Schuss an denen. Gegen solche Sachen wie Bombarde. Das geht zwar auch mit Feuer, aber ihr müsst super nah ran. Da sind sie nochmal super resistent dagegen. Machen dann auch noch ihre Gifteffekte. Ist also nicht immer unbedingt geil. Super gut funktioniert das Ganze auch gegen den guten Lapest, der dann nämlich immer mal hier in diesem Areal hier spawnt, super viel Leben hat. Und gerade wenn man eben nicht seinen Schwachpunkt angreifen kann, einem wirklich verdammt das Leben schwer macht. So könnt ihr nämlich super gut diese ganzen Sachen sammeln. Sammelt dadurch auch noch Punkte generell für die Season. Zusätzlich ist natürlich gerade auch diese Waffen hier eine sehr, sehr gute Sache gegen gerade diese ganzen Giftschiffe und auch die anderen Schiffe hier. Weil ihr erhöhten Schwachpunktschaden macht. Und das geht natürlich super gut. Gerade eben auch mit den Waffen, die sowieso schon stark sind gegen Schwachpunkte. Und wir gucken uns das einfach mal ganz kurz an, welche Waffen ich euch dabei empfehle. Und das ist quasi der Bild, den ich so ein bisschen abgewandelt habe von meinem Bild fürs PvP. Dafür gucken wir uns das Ganze einfach einmal an. Ich habe an Schwachpunkten überall außenrum diese Skorlogs lange 9er, die ihr bekommt, wenn ihr die Geschichte durchgespielt habt. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ihr nach Indien müsst. Dann könnt ihr sie kaufen und zwar für goldenen Rum. Und goldenen Rum zeige ich euch gleich, wo ihr den bekommt. Oben empfehle ich euch, bitte nehmt nicht diese Lafleur, die ist wirklich, die Gegner fahren da raus und auch der Tick davon ist super schwach. Und hierfür beim Leopold habt ihr nicht nur mehr Impact-Schaden. Seht ihr selber hier, wenn ihr mal die Schadensachen vergleicht. Ihr habt mehr Impact-Schaden und ihr macht auch noch Überflutungsschaden ohne Ende drauf. Der nämlich auch noch richtig gut runter tickt und die Gegner langsam macht. Also Leopold definitiv die bessere Waffe als diese Lafleur Variante. Vor allem auch im PvP, man fährt einfach raus und hat dann irgendwie einen Tick. Ich habe die ganzen auch bei mir außenrum komplett gebaut. Und jetzt gehen wir so ein bisschen zur Panzerung. In zwei Wochen oder in einer Woche, glaube ich, kommen dann die Ouroboros. Dann würde ich euch empfehlen, die reinzubauen. Zeige ich euch gleich nochmal, wo ihr bekommt. Bis dahin Black Prince, bitte bloß nicht zorniger Zwinger, dann doch lieber königlicher Verwalter. Als wirklich zorniger Zwinger ist jetzt selber von den Rüstungseigenschaften nicht besonders gut. Wegen diesem Gifteffekt, der anscheinend super hoch geratet wird. Also kann ich nur überhaupt gar nicht empfehlen. Bei der Ausstattung empfehle ich euch zum Beispiel Wassertank mitzunehmen. Ist eine ganz gute Sache, damit ihr dort länger blocken könnt. Ausdauer super schnell regeneriert. Ist einfach im Kampf ganz gut geeignet. Ihr könnt alternativ auch die Sache, die ich sonst immer mitnehme, bei Tauwerk-Kasten finde ich fürs PvP besser. Wenn ihr im PvE mehr aktiv sein wollt, finde ich den Wassertank deutlich besser. Als zweites empfehle ich natürlich essentiell für diese Season Pläne der La Potence mitzunehmen. Um eben den erhöhten Schwachpunktschaden und damit ihr eben überhaupt Schwachpunkte da habt. Ohne das braucht ihr diese Waffen gar nicht nehmen. Dann als alternativ empfehle ich euch dann Backboard-Waffenschaden erhöht. Dann Steuerboard-Waffenschaden erhöht. Und dann habe ich auch noch die ganze Sache mit dem Reparieren. Das werde ich aber austauschen, sobald die Ouroboros da ist. Denn damit wäre das ansonsten überflüssig. Ich könnte das Ganze dann austauschen gegen ein bisschen defensive Sachen mehr. Mehr Rumpfpanzerung wie das hier zum Beispiel. Oder vielleicht noch Bugwaffenschaden, was jetzt nicht so wenig wichtig ist. Vielleicht Hilfswaffenschaden, damit der Mörser noch ein bisschen mehr Damage macht. Oder dass die Mannschaft mehr Schaden macht. Solche Sachen könnt ihr da mitnehmen. Gibt es jetzt nicht so das krasseste Ding, was ich da jetzt empfehlen würde. Wahrscheinlich sogar fast den Mannschaftsschaden, da der wirklich viel ausmacht bei diesem ganzen Build eben. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, dass ihr eben mit gerade diesen Kanonen spielt. Denn ich finde sie persönlich sind die mit die besten Waffen derzeit überhaupt. Sie machen nicht nur extrem hohen Einzelschaden. Dazu haben sie auch nochmal die 7000 Bonusschaden. Das heißt, ihr könnt einfach auf die Masten schießen. Sie machen als eine der wenigen Waffen über 1000 Schaden auf den Mast, was enorm hoch ist. Denn auf den Mast macht ihr nur ein Viertel des Schadens überhaupt. Sie haben durchschlagend, also Durchschlagsschaden auf Schwachpunkten wird um 100% erhöht. Und der Schwachpunktschaden ist sowieso schon extrem hoch. Also ihr macht da wirklich super hohen Schaden. Und gerade mit den angezeigten Schwachpunkten lohnt sich das auf jeden Fall. Es spielt sich sehr, sehr angenehm. Ihr seid super mobil. Und gerade auch im PvP seid ihr wirklich gut dabei. Weil ihr die Ziele verlangsamt. Momentan fast jeder die Brigantine dabei hat. Und die sich super schnell den Mast repariert. Und damit seid ihr damit wirklich die Nemesis von so gut wie jedem Schiff. Und da die ganzen Giftschiffe super schnell die Masten reparieren, lohnt es sich auch da immer wieder drauf auf die Masten zu schießen. Ansonsten dann auf die Schwachpunkte zu schießen. Und so habt ihr einen sehr, sehr ausgewogenen Bild, der trotzdem mobil ist. Und wenn ihr noch mögt, könnt ihr natürlich dann auch was Defensiveres reinnehmen. Wenn ihr in dem Pass ein bisschen weiter drin seid, könnt ihr dann auch noch zum Beispiel den Giftschutz nehmen. Den zeige ich euch hier nochmal. Ihr könnt dann nämlich bei den defensiven Gegenständen, könnt ihr dann auch nochmal gucken. Die haben wir dann nämlich hier bei Verteidigung. Dann haben wir auch nochmal diese Sachen nämlich drin, dass wir irgendwie hier, wo war das? Hatten wir noch so drin, dass wir 50% weniger Giftschaden bekommen. Achso, das war ja genau, das hatten wir hier im Pass drin. Wenn wir diese Rüstung nehmen, die können wir dann uns, wo war das genau, im Pass einmal anschauen. Haben wir dann hier, da haben wir dann bei Belohnungen, haben wir dann noch die Möglichkeit beim Quartiermeister oder was? Wo war das denn? Ne, beim Captain hat man das genau, da hat man nämlich hier diese Rüstung. Und diese Rüstung können wir uns einmal mal beim Tagebuch anschauen. Die könnt ihr dann, wenn ihr gerade gegen den Boss kämpft, könnt ihr das natürlich austauschen. Da habt ihr dann nämlich die Möglichkeit, bei der Panzerung dann hier drauf zu gehen. Und da seht ihr nämlich auch nochmal bei, wollen wir das jetzt hier, genau. Drängert den Schaden und Ausdauerverbrauch der Besatzung durch Giftangriffe. Das ist dann auch nochmal natürlich ganz gut. Seht ihr aber selber, hat ansonsten deutlich schwächere Werte. Ob ich das jetzt unbedingt empfehlen würde, weiß ich nicht. Und wie bekommt ihr jetzt nochmal zum finalen Abschluss die Items, die ich euch alle empfohlen habe? Wo bekommt ihr diese ganzen Unterstützungs-Items eigentlich her? Bei Skullo könnt ihr dann nämlich die Sachen kaufen. Und was braucht ihr hier bei ihm eigentlich für eine Währung für die ganzen Sachen? Für die, die vielleicht meine letzten Videos da nicht gesehen habt. Bei ihm könnt ihr nämlich ganz normal hier diese Waffe kaufen. Wird ja hier für 1000 goldener Schädel rum. Um goldenen Schädel rum zu bekommen, müsst ihr in eure komische Schnapsbrennerei, könnt ihr hier C gedrückt halten, kommt ihr da direkt rein. Und da könnt ihr nämlich den goldenen Schädel rum aus dem weißen Schädel rum hier bei der Brennerei machen. Ihr braucht dafür eine ganze Menge, also ihr braucht dafür ordentlich welche. Wenn ihr alle 4 habt, braucht ihr 4000. Davon dauert eine Weile. Goldener Schädel rum braucht immer weißen Schädel rum. Und den könnt ihr erst dann herstellen, wenn ihr eure Brennerei verbessert habt. Hier oben an dem Bereich. Dort könnt ihr dann die Sache verbessern. Braucht dafür Level 10 bei den Verbesserungen. Hier vorne beim Schmugglergeschäft braucht ihr dafür Level 10. Und damit könnt ihr dann diese ganze Sache hier nutzen. Einfach verbessern nach oben auf Level 10. Der andere Rest ist dann egal. Der macht nur die Schwachen später besser. Und jetzt als Finale, um diese ganzen Unterstützungssachen zu bekommen. Und da habe ich mir ja den Mund jetzt hier vorsichtig geredet. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Hier könnt ihr dann bei Janita nämlich die Unterstützungssachen kaufen. Und zwar für jeweils 300 könnt ihr nämlich euch dann diese Rezepte bei ihr kaufen. Für diese Unterstützungssachen seht ihr dann nämlich die CD, die hier hat. Da Steuerbord, Bugwaffenschaden. Also genau diese Sachen könnt ihr dann euch hier holen. Lohnt sich also gerade für 300, das auf jeden Fall mitzunehmen. Übrigens, da ich beim letzten Mal die Frage auch gesehen habe. Ihr könnt natürlich auch mit diesen kleinen Skullos Waffen anfangen. Gerade während des Levelns könnt ihr natürlich auch diese kleineren Skullos, Waffenskullos Verfolger mitnehmen. Da wir ja hauptsächlich auf den Mastbrecher spielen. Und auch die sind deutlich verbessert worden. Da sie nämlich jetzt nicht nur 1000, sondern 1700 Damage machen. Und ansonsten dasselbe machen. Eignen sie sich natürlich auch für den Anfang. Soweit aber auch. Könnt ihr gerne noch Fragen in die Kommentare reinschreiben. Dann mache ich auf jeden Fall dazu noch ein Video. Und ich werde auch, sobald ich die Möglichkeiten habe, euch natürlich auch zu unserem Heiler-Shift dann einen Bild machen. Da ich mich sehr darauf freue, auch das spielen zu können. Wenn ihr Fragen habt zum Spiel, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und viel Spaß in der neuen Season. Und natürlich auch gegen unseren derzeit sehr, sehr starken Boss Lepest. Bis dann. Ciao, ciao.